Willkommen zum Seminar Professionell moderieren. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Professionelles Moderieren ist eine spannende Kommunikationskompetenz, die überall im Berufsalltag gefragt sein kann. Eine strukturierte Moderation macht chaotischen Diskussionen bei Tagungen, Vorträgen und Meetings ein Ende. Der kompetente Moderator muss dafür jedoch mit bestimmten Methoden des Moderierens vertraut sein, um seinen passenden Moderationsstil zu entwickeln. Das Wort moderat bedeutet gemäßigt. Als professioneller Moderator ist es Ihre Aufgabe, eine moderate, gemäßigte und neutrale Haltung einzunehmen und Gruppen gekonnt zu führen. In unserem Seminar erwerben Sie Kompetenzen in der Moderation von Gesprächen, Sitzungen und Diskussionen. Sie lernen, wie Sie als Moderator in Gesprächsrunden als Kompass fungieren und alle Beteiligten zu einem erfolgreichen Ergebnis leiten. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Der Sieg der чтобы Moon wäreじゃない Beteiligten, alle Beteiligten встреч ge smaller, Untertitelung des ZDF für funk, 2017